Hallöchenfisch, na dann lass uns doch mal gucken, was hier noch Schönes auf dem Programm steht. Der Hierophant, na guck da, schau an. Hoppala, von wegen Verpflichtungen, Thema Werte, die hier eine Rolle spielen, auch im Bezug, naja, was heißt auch, aber gerade im Bezug auf Verbindungen, und hier haben wir noch den Pagen der Schwerter, wo es darum geht, ja was hat man denn spätestens hier aus gewissen Verbindungen auch bislang lernen dürfen. Okay, ist natürlich auch mal ein interessanter Ansatz, da sind wir noch mal gespannt, wo hier die Reise hingeht. So, da haben wir schon mal die Acht der Stäbe. Von wegen Thema Kommunikation, die hier auf einen zukommt, und das Ganze relativ plötzlich, die Fünf der Münzen und das Ast der Kähnchen. Na guck da, schau an. Hier hat doch nicht etwa jemand Liebeskummer, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Es wirkt fast so, als wenn hier jemand auf den Trichter kommt, so, äh, ist dann doch nicht so ganz toll, wenn man hier so alleine durch die Gegend krokt. Dementsprechend, naja, will man hier auch seinem Frustärger, wie auch immer, ein bisschen Luft machen. Weiß ich nicht, ob das so eine tolle Energie ist. Eieiei, na gucken wir mal. So, warum die Acht der Stäbe? Zehn der Kelche. Happy Family Life, in dem Sinne Regenbogen, Einhornkotze. Och, na guck an. Die Sonne auf die Fünf der Münzen und der Eremit auf das Ast der Kelche. Spätestens da wird es interessant, von wegen hier Thematik, tiefere Innenschau. So ein bisschen auch das Ding von wegen, naja, passt denn das noch alles so? Sind da denn überhaupt noch Gefühle? Möchte ich das annehmen? Oder auch dementsprechend nicht, ne? Acht der Kelche auf der Unterseite, heißt hier auch nochmal die Thematik von Negatives hinter sich lassen und auch sich weiterhin auf den Weg machen in Richtung Zehn der Kelche, die wir ja potenziell hier oben liegen haben. Das heißt, zwei der Kelche noch, eine Gefühlsentscheidung und dann geht das hier vorwärts. Neun der Schwerter auf die Zehn der Kelche. Der Tod auf die Sonne, na sehr schön. Und die zwei der Stäbe auf den Eremiten. Ja, welche Richtung schlägt man ein, ne? Welcher Weg darf sein? Und hier haben wir noch den König der Stäbe auf der Unterseite. Captain Fickforscher himself, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Nur in der etwas älteren Variante. Also würde mich nicht wundern, wenn hier wirklich ein König der Stäbe um die Ecke kommt und hier das ein oder andere Angebot unterbreitet. Nur da heißt es dann auch wieder tiefer in sich reinhorchen und, ja, erfühle deine Geforsche. Geforsche, geil. Äh, erforsche deine Gefühle, verdammt, noch eins. Mein Deutsch ist schon wieder on point. Ich merke, es war ein langer Tag. So. Acht der Stäbe, Zehn der Kelche, Neun der Schwerter. Wie gesagt, hier die Kommunikation, beziehungsweise auch die Entwicklung Richtung Zehn der Kelche. Und mit Neun der Schwerter macht man sich da einen ziemlichen Kopf drüber. Also hier ist auch nochmal das Thema der Kontrolle in dem Punkt dann halt auch wichtig. Dass man hier, naja, weniger versucht, eine Situation kontrollieren zu wollen und dass man hier mehr zurücktritt, ein bisschen Abstand nimmt, sodass sich die Dinge hier wirklich auch lockerflockig leicht entwickeln können. Und ansonsten ist es, wie gesagt, hier das Ding, dass sich hier jemand ziemliche Gedanken darüber macht, ja, wie denn das mit den Zehn der Kelchen hier am besten zustande kommt. Und, ja, dementsprechend halt auch, ja, schlaflose Nächte, Kopfschmerzen, USW hat. Das ist die Sache mit dem Rat des Schicksals. Wie gesagt, hier entwickeln sich die Dinge so ganz natürlich, so wie sie kommen sollen quasi. Da ist jetzt auch nicht viel, was man in dem Punkt dann halt machen kann oder machen sollte. Wie gesagt, eher so dieses Zurücktreten, Kontrolle abgeben und hier sich wirklich die Dinge entwickeln lassen. Denn das kommt schon alles so, wie es soll. Und vor allen Dingen, wenn sich das ganz natürlich entwickelt, ist das dann schon mal eher so eine, naja, Grundlage oder Basis, wie man das auch immer nennen möchte. Die Fünf der Münzen, die Sonne und der Tod. Tja, es ist halt so der Punkt, wo will man halt rumgucken. Möchte man hier in den Fünf der Münzen jetzt noch ewig und drei Jahre drin rumsitzen und, ja, eher so die negativen Seiten des Lebens quasi alle mitnehmen oder entscheidet man sich hier letztlich dafür, dass hier die Sonne jetzt mal Einzug halten darf. Auch hier wieder Glühwürmchen-Modus, der hier im Fokus steht, so dass einem die Sonne aus dem Bob scheint. Dementsprechend zieht man oder ist man dann natürlich auch anziehend und zieht dementsprechend wieder Situationen und Menschen in sein Leben, so dass die Sonne auch wirklich sich umsetzen kann und real werden kann. Das ist halt so der Punkt bei der Sache. Und hier mit dem Tod geht es halt in die Transformation. Also raus aus dem Schatten, raus aus dem Mangel, rein in die Fülle. Quasi in den Glühwürmchen-Modus. Das ist hier so die Devise. Also hier auch nochmal eine ziemlich große oder eine relativ größere Umbruchsenergie, die hier natürlich mitspielt. Und dementsprechend wird das hier schon mal eine Zeit, die sehr ausschlaggebend ist und auch sehr, sehr viele Dinge in die Veränderung bringen wird. So dass man hier auch wirklich wieder mit Hoffnung und mit Freude nach vorne gucken kann, in Richtung Zukunft, um dann hier wirklich mal so jetzt das Positive im Leben auch mitzunehmen und nicht immer nur die ganze Zeit hier irgendwie vor den Sack zu kriegen. Will man ja dann natürlich auch nicht. Das Ast der Kelche, der Eremit und die Zwei der Stäbe. Und da sind wir genau beim Punkt. Von wegen, oder da geht es ans Eingemachte. Von wegen hier auch tiefer in sich reinhorchen. Gerade wenn hier jemand mit einem Ast der Kelche um die Ecke kommt. Also entweder eine neue Liebe oder auch eine alte Liebe, die hier vielleicht nochmal aufblüten möchte. Da darf man dann mal einen Schritt zurücktreten, ein bisschen in sich gehen und darf hier wirklich mal gucken, okay, was ist denn jetzt hier los? Reicht es denn noch? Oder möchte ich denn das überhaupt noch? Und die nächste Frage, die sich dann hier stellt, ist halt der Punkt. In welche Richtung mache ich mich dann auf? Also selbst wenn man sich hier quasi für was Altes neu entscheidet, dann ist ja auch wieder der Punkt. Oder dann ist auch klar, dass das, was man früher mal hatte, so nie wieder um die Ecke kommen wird. Also auch die, die, keine Ahnung, irgendwelchen Sachen immer hinterher heulen und sagen, sie wollen das wieder haben, dürfen sich auch mal hier vor Augen führen, selbst wenn es wiederkommen würde, es wird nicht mehr so wie früher. Das ist also der Punkt. Deswegen muss man sich an der Stelle halt auch neu orientieren, neu ausrichten und muss sich überlegen, okay, wie kann ich die Zukunft so gestalten, dass das dann hinhaut und ich dann irgendwann mal zurückblicke und sage, ey, genau so wie das gelaufen ist, das war Bombe, das war mega, besser hätte es nicht sein können, so nach dem Motto. Also hier auch wieder die Zukunftsausrichtung beziehungsweise Thematik hier sich nochmal für die Vergangenheit entscheiden oder halt für die Zukunft. Und dann ist aber auch klar, dann müssen halt Dinge wirklich grundlegend in die Veränderungen gehen, weil ansonsten funktioniert es eben nicht. König der Stäbe auf der Unterseite. Wie schon gesagt, entweder haben wir es hier mit dem König der Stäbe zu tun, ansonsten ist es halt auch der Punkt, dass dann hier auch dieser Eremiten-Modus dann so langsam, aber sicher, peu a peu und Stück für Stück immer weiter verlassen werden soll beziehungsweise auch verlassen wird, um dann hier mit dem König der Stäbe dementsprechend nach vorne zu gehen. Also was ist dann heute los, ey? Anstrengender Tag, ich sag's ja. Also hier auch passend zu dem Breeding, wenn man so immer die ganzen Energien mitnimmt, das zieht halt ordentlich Kraft. Und da ist spätestens an dem Punkt so eine Rückzugsphase auch gar nicht mal so schlecht, so dass man hier auch wieder zu Kräften kommt und dementsprechend dann viel mehr Möglichkeiten dann auch für die Zukunft hat. So, dann gucken wir mal, was könnte denn dann hier blockieren? Beziehungsweise was könnte sich hier blockierend auswirken? So, was haben wir hier Feines? Parage der Stäbe. Das ist aber eher so dieser kindlich-naive Aspekt. Die Zehn der Kelche, die Neun der Kelche und die Königin der Schwerter. Der König der Kelche auf der Unterseite und da ist man dann auch an dem Punkt von wegen, dass man hier dann auch nicht so wirklich in seiner Mitte ist. Dass man sich hier eventuell zu sehr in eine Gefühlsrichtung ziehen oder leiten lässt, im Sinne von, man ist dann im Extrem unterwegs. Also entweder ist man hier zu euphorisch, weil man dann so sagt, oh geil, guck mal, das ist endlich das, was ich wollte. Und da kann es dann aber auch passieren, dass man vielleicht auch wieder grundlegend Sachen übersieht. So diese Warnhinweise, die wir ja auch an der Natur kriegen. Und da heißt es dann wirklich Augen auf und ganz genau hingucken, was wird einem da präsentiert, was habe ich aus der Vergangenheit gelernt und wie soll es vor allen Dingen weitergehen. Mit der Königin der Schwerter ist es der Punkt, sie ist normalerweise sehr direkt, sehr klar unterwegs. Sie hat ihre Ziele, Wünsche, Träume, hat sie natürlich auf der Agenda und verfolgt das natürlich. Und auch die Kommunikation wahrheitsgemäß, sehr offen und direkt. Auf der Blockadenseite macht man eben genau das nicht. Da ist es dann eher so dieser Bitch-Mode, von wegen passiv-aggressiv unterwegs, sehr scharf mit ihren Worten und naja, mit der ist halt nicht gut Kirschen essen. Ist wieder das Thema, oder das Thema ganz lange, ist natürlich wieder auch das Thema mit den Extremen und Extreme haben noch nie funktioniert. Das ist halt so der Witz bei der Sache. So, was ist denn dann hier der Tipp? Ups, machen wir schon mal die Schattenseite. Aus der darf man natürlich auch rausgehen. Was ist hier der Tipp? Zack. So, was ist hier der Tipp? Da haben wir den Pagen der Stäbe. Sehr schön. Leichtigkeit. Die Acht der Kelche. Und die Herrscherin. Na, perfekt. Das heißt, alles, was hier einem nicht mehr dienlich ist, auch Thematik, diese Schwere, die ich ja auch wahrnehme, die man eine ganze Zeit lang mitgeschleppt hat, geht es halt darum, das Ganze loszulassen und hinter sich zu lassen. Ansonsten ist es auch die Thematik hier von wegen, ach, der Kelche haben wir schon. Hier wäre dann quasi mit dem Ass der Kelche der neunte Kelch und es wäre die Wunscherfüllung da. So, dass man hier auch locker und leicht eher wieder in so eine Geschichte reingeht. Und das Ganze dann aber auch aus dem Herrscherinnen-Modus. Das heißt, klar unterwegs sein, klare Kommunikation, Grenzen setzen, Grenzen durchsetzen und halt auch einen gewissen Standpunkt klar machen und den dann eben halt auch vertreten, so dass es hier in Zukunft dann zu weniger Missverständnissen kommt oder am besten zu gar keinen. So dass man halt hier definitiv dann auch gewisse Standards hat und diese dann auch hält und da kommt die Bestätigung von der Kamera. Sehr schön, das passt wie Aschauf einmal. Also, sei dir da selbstbewusst, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und in diesem Sinne lasse ich das so stehen. Ich wünsche dir natürlich eine richtig schöne und vor allen Dingen erfolgreiche Woche. Alle Infos zu mir und dem Kanal findest du unten in der Videobeschreibung. Und falls du Lust hast, kannst du gerne dienstags und donnerstags 19.30 Uhr im Livestream vorbeigucken. Ich würde mich freuen. Ansonsten teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Reading wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif. Tschüssi!